Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen Brotdosenvergleich. Was finde ich gut für die Schule, für den Kindergarten und was finde ich vielleicht nicht so gut, was sind die Nachteile? Ich vergleiche euch verschiedene Boxen miteinander und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Heute soll es konkret um den Vergleich gehen. Besonders für Kindergarten und Schule, da gibt es unterschiedliche Ansprüche. Ich zeige euch heute die teureren Versionen, ich zeige euch die weniger teuren Versionen, die Außenseiter, die man vielleicht nicht so kennt. Ich zeige euch aber auch Trinkflaschen und alle Informationen, die ich euch heute so zeige, findet ihr natürlich zum Nachlesen in der Infobox hier unter diesem Video. Ja, beginnen wir mal mit der teuren Variante. Die Jumbox ist natürlich eine Marke, ähnlich wie Bento oder Schmatzfatz. Das sind eben so sehr robuste Kandidaten, die auch ein gewisses Gewicht mit sich bringen. Und das Gewicht ist auch gleichzeitig einer der Nachteile dieser Boxen. Die sind natürlich aufgrund dieser massiven Bauweise relativ schwer. Dann zählen auf jeden Fall die Vorteile dieser Boxen, nämlich der erstmal super sichere Verschluss. Uns ist es bis jetzt in den letzten drei, vier Jahren noch nicht einmal passiert, dass eine sich unfreiwillig geöffnet hat. Und die schließt eben sehr dicht ab. Dadurch, dass sie hier oben ein Gummi hat und hier im unteren Bereich eben passend abschließt, sind alle Artikel, die ihr da reinlegt, alle Lebensmittel relativ gesichert und voneinander getrennt. Das heißt also, dass jetzt die Melone nicht unbedingt gegen die Knabbertierchen drückt und die matschig macht. Das ist eben einer der großen Vorteile, den wir auch sehr zu schätzen wissen, weil meine Kinder mögen lieber nicht nur ein großes Stück Brot, sondern eben eine gewisse Vielfalt und können dann auswählen. Was die Größe angeht, ihr bekommt in allen Varianten viel Essen unter. Also wir haben ja hier die XS-Version in die Snackdose. Die kostet ungefähr 23 Euro. Auch in dieser Snack-Version, die habe ich jetzt für meine Tochter übrigens auch nochmal nachgekauft. Wir hatten bis jetzt immer nur die blaue, aber sie wollte unbedingt gerne auch nochmal die kleine haben. Und die passt auch vorne in ihr Schulranzenfach hinein. Auch hier bekommt ihr viel Essen rein. Wenn ihr das mit ein bisschen, ich sag mal, Kreativität gestaltet, könnt ihr auch da gut das Essen unterbringen und eine sättigende Frühstücksmahlzeit unterbringen. Bei uns ist das ja so, dass die Kinder zu Hause frühstücken, dann im Kindergarten und in der Schule nochmal eine kleine Frühstückspause machen und dann gegen 12 Uhr gibt es Mittagessen. Das heißt, die müssen sich an ihren Brotdosen jetzt nicht satt essen. Das ist wie gesagt die XS-Größe. Dann gibt es noch die M-Größe. M ist eben die mittlere Größe. Die große Größe lasse ich jetzt heute mal raus. Das ist XL. Das eignet sich, glaube ich, für Kinder eher nicht. Aber hier diese mittlere Größe gibt es eben in zwei Varianten. Nämlich einmal in der Panino-Version. Also Panino steht so ein bisschen für Brot. Das wäre dann die ähnliche Aufteilung wie hier mit diesen drei Fächern. Die Panino-Dose gibt es wie gesagt auch in der M-Größe. Wir haben jetzt hier die Tapas-Version. Das bedeutet, dass da eben die verschiedenen Fächer unterteilt sind. Und da kann man auch ganz gut die einzelnen Varianten Obst, Gemüse, Brot mit unterbringen, ohne dass sie sich berühren. Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Favoritenmarke aus Neuseeland. Nämlich der Firma Systema. Systema bietet auch für jeden, für jedes Bedürfnis, für jede Situation die passende Snackdose. Man muss sich nur ein bisschen auskennen, was sinnvoll ist und was nicht. Was das eigene Kind braucht und was vielleicht nicht. Ich fange mal hier bei dieser flachen an. Das ist die Multi-Split-Dose mit 820 Millilitern. Die ist ungefähr etwas kleiner als ein DIN A4 Blatt, sage ich mal. Und die passt auch wunderbar zum Beispiel in das Hauptfach vom Schulranzen rein. Die ist sehr flach und sehr leicht. Das heißt, wer sagt, ich möchte meinem Kind gerne eine gute Brotscheibe mitgeben, die passt hier wunderbar rein. Und diese Dose kostet auch tatsächlich im Moment nur 8,27 Euro. Also das muss man auch dazu sagen, das Pricing bei der Firma Systema ist unschlagbar. Nachteil hier würde ich sagen, man muss schon bei allen Dosen auch so ein bisschen, das gilt auch für die Jamboxen, ein bisschen vielleicht eher Richtung Handwäsche gehen. Also ich würde diese Dosen jetzt ungern in die Spülmaschine legen, denn ich habe immer das Gefühl, die verfärben sich dann so ein bisschen, die werden so ein bisschen trüb. Die sind formstabil, also die halten auch die Hitze der Spülmaschine aus. Aber trotzdem, ich bin bei diesen Plastikmaterialien in der Spülmaschine eher etwas vorsichtiger. Deshalb würde ich das jetzt mal als Nachteil bezeichnen. Für mich persönlich macht es aber keinen großen Aufwand, ob ich abends mal kurz zwei Minuten nochmal einen Tropfen Spüli dran mache, einmal durchwische und dann ist die Dose wieder sauber, kann über Nacht trocknen und alles ist gut. Wir haben ja auch kein besonders kalkhaltiges Wasser, sodass sich da jetzt auch nicht unbedingt viele Kalktropfen bilden. So, das ist also die flache Variante. Die hatte ich persönlich ja immer mit in meinem Job im Büro und habe die immer in meine Büroarbeitstasche gepackt. Dann gibt es noch die Snack Attack Duo. Das ist diese hier mit 775 Millilitern. Und die kostet, ich muss mal kurz gucken, die kostet 7,99 Euro. Also auch das ein unschlagbarer Preis. Würde ich tatsächlich auch als Kindergartenbrotdose durchgehen lassen. Gibt es natürlich in verschiedenen Farben, das ist klar. Hier ist das Besondere, die ist an sich nochmal unterteilt in ein großes Hauptfach, sodass ihr hier wirklich gut eine große Scheibe Brot oder ein Brötchen reinlegen könnt. Und hier gibt es nochmal zwei kleinere Fächer, wo man zum Beispiel Trauben reinlegen kann, Melonenfrüchte oder was auch immer, Knabbertierchen, Brezeln. So kleinen Kram kann man hier nochmal als Sättigungsbeiläge dazu legen. Ob die jetzt komplett, diese kleinen Fächer, ob die jetzt komplett wasserdicht sind, kann ich euch nicht versprechen. Aber ich gebe persönlich den Kindern ohnehin nie so sehr glipschige, feuchte Lebensmittel mit in die Einrichtungen. Denn das landet meistens entweder auf dem T-Shirt, auf der Hose oder endet in klebrigen Händen, die vielleicht dann nicht unbedingt gewaschen werden. Also ich gebe grundsätzlich nicht so gerne Flüssigkeiten mit in die Schule. Und schlagbar auch bei der Firma Systema sind natürlich die Griffe, diese Clip-Verschlüsse, die eben sehr dicht halten und die Dose wirklich sehr, sehr safe und sicher geschlossen halten im Schulranzen sowie im Kindergartenrucks. Dann gibt es noch das unschlagbare Dreierpack. Eins von diesen dreien ist jetzt mit in der Schule gelandet und zwar die 350ml Dose für drei Stück für 17,95 Euro ist aktuell der Preis. Und die sind mein absoluter Favorit für Schule und Kindergarten gleichermaßen. Die passt bei meiner Tochter vorne in das Brotdosenfach des Schulranzens rein und zwar wunderbar. Die ist sehr leicht, die ist also kein großer Gewichtsfaktor, hält dicht und auch hier ist es so, auch wenn ihr glaubt, das ist aber sehr klein, glaubt es mir, es passt eine Menge Essen rein. Wir haben heute gerade noch ein ganzes Röggelchen, Brötchen da reingepackt und es passt wirklich eine Menge rein. Und ihr müsst einfach euch das auch so überlegen, dass die Kinder in der Grundschule, in der Frühstückspause auch nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, ausgiebig zu frühstücken. Bei uns ist das circa eine Frühstückspause von so 10 Minuten und in der Zeit kriegen die Kinder schon eine Menge gegessen, aber sie sollen sich da ja auch nicht komplett satt essen. Also von daher, also was die Menge angeht, ihr könnt da wirklich auch ganz kreativ einfüllen, sodass da Sättigungsbeilagen, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, was zu knabbern dabei ist, sodass das Kind wirklich alles hat, was es braucht für den Rest des Schultages. Das reicht absolut aus. Und wie gesagt, dieses Dreierpack ist unschlagbar. Der Verschluss ist super. Also das ist wirklich meine absolute Empfehlung für Schule und Kindergarten. Und bei dem Preis, da kann man, glaube ich, auch echt nicht viel falsch machen. Natürlich gibt es auch andere Materialien außer Plastik. Das ist gar keine Frage. Es gibt natürlich auch viele Edelstahlboxen. Da muss ich sagen, bin ich persönlich die falsche Ansprechpartnerin. Denn Edelstahlboxen haben bei uns in der Familie keinen wirklich begeistert. Es fand keinen großen Anklang. Das ist aber vielleicht eine Entscheidung, die eher die Eltern treffen und dann sagen, okay, wir nehmen eine Edelstahlbox oder eben nicht. Ich hatte hier auch, das habe ich euch vor ein paar Jahren auch mal gezeigt, eine Dose, die so ein bisschen Bambus-Plastik-Gemisch war, was also ein bisschen nachhaltiger sein sollte. Da hat sich leider herausgestellt, dass dieses Bento-System, die übereinander gestapelten Boxen, für uns, für die Kinder nicht wirklich praktisch sind. Weil dieses Stapelsystem der Boxen übereinander und auseinander, das bringt einfach zu viel Unruhe und zu viel Chaos mit rein. Ich finde es eben besser, wenn die Kinder mit einem Griff sehen, was sie essen können und da nicht noch rumhantieren müssen mit den Boxen. Und bei diesen Bambus-Modellen hatte ich persönlich auch das Gefühl, dass sich das Material so ein bisschen verzogen hat und nicht mehr so hundertprozentig dicht war. Das war aber meine persönliche Entscheidung oder meine persönliche Erfahrung. Mag sein, dass da Verwandte, Bekannte von euch andere Erfahrungen mit gemacht haben. Ich kann euch hier heute nur diese Modelle zeigen, die ich euch auch wirklich empfehlen kann. Kommen wir jetzt zu den Außenseitermodellen. Es muss nicht immer eine teure Markendose sein. Es muss auch nicht unbedingt eine Systema sein, wobei die natürlich vom Preis her unschlagbar sind. Wir haben natürlich auch Brotdosen, die wir als Werbegeschenke schon mal dazu bekommen haben oder die ich mal aus welchem Grund auch immer im Supermarkt mitgenommen habe. Auch die haben bei uns ein langes, langes Leben. Also ich werfe solche Plastikdosen ja nicht nach einem Jahr weg, sondern die, wer mich kennt, weiß das. Die Jumbox-Dosen haben wir jetzt schon seit drei, vier Jahren. Also die halten wirklich auch extrem lange. Was ich euch nur mitgeben wollte, einfach als Tipp, natürlich könnt ihr auch solche, ich glaube die hier ist von Roto. Ich muss mal nachschauen, das ist so eine ganz einfache Butterbrotdose. Die hier haben wir mal im Supermarkt gekauft, weil wir das mit der Sendung mit der Maus einfach so toll fanden. Auch bei diesen Dosen könnt ihr natürlich unterteilen. Ihr müsst nicht unbedingt eine Dose nehmen, die eine Unterteilung hat. Diese Brotdosen, die man im Supermarkt kauft, haben meistens ja keine Unterteilung. Was euch da helfen kann, sind eben diese Silikon-Muffin-Förmchen, die ihr auch überall findet. Ich kann sie euch gerne mal verlinken, das hier sind meine Favoriten. Mit diesen Silikon-Förmchen könnt ihr innerhalb der Brotdosen selbst auch nochmal Unterteilungen vornehmen und braucht da gar nicht viel hantieren. Wenn ihr die Brotdosen dann verschließt und feste zumacht, sind die auch relativ dicht. Das wollte ich euch nur mal als praktischen Tipp am Rande mitgeben. Wenn ihr mehr praktische Tipps haben möchtet zum Thema, wie packe ich eine Brotdose oder was kann ich Gutes reinpacken, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich könnte da gerne nochmal ein Folgewideo zu filmen. Bevor wir jetzt noch zu ein paar Trinkflaschen-Varianten kommen, wollte ich euch noch ganz kurz die Karl-Oskar-Dose zeigen. Auch hier gibt es Vor- und Nachteile. Ich habe diese Dose damals bekommen als PR-Sample, als Geschenk von einem Versandhändler. Und seitdem habe ich sie nach wie vor in Gebrauch. Sie passt in das Brotdosenfach des Schulranzens hinein. Sie hat 0,6 Liter, also 600 Milliliter. Sie passt gerade so herein. Ja, auch diese Dose hat Vor- und Nachteile. Die hatte hier mal so ein Teil mit noch einem Löffel und einer Gabel dran. Das ist mittlerweile natürlich verloren und zerbrochen. Die ist auch mittlerweile schon ein bisschen verkratzt. Und ein weiterer Nachteil ist natürlich das Design. Ich persönlich schrecke immer so ein bisschen davor zurück, Brotdosen zu kaufen, die wie hier diese ein Motiv drauf haben. Weil, wie ihr wisst, ich nutze diese Brotdosen wirklich über Jahre hinweg. Und irgendwann ist die pinke Spinne vielleicht auch nicht mehr so cool. Die Dose von Karl Oskar ist soweit in Ordnung. Wir nutzen sie kaum, weil ich persönlich diese Zweiteilung so ein bisschen zu wenig finde. Euer Kind möchte lieber Müsli mit in den Kindergarten nehmen. Auch das ist kein Problem mehr. Denn das kenne ich mittlerweile auch gut. Ich habe auch einen Müsli-Fan zu Hause. Und der wollte dann irgendwann lieber eine Müsli-Portion mit in den Kindergarten nehmen, anstatt Brote oder Brotdosen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Vor kurzem, ich glaube vor drei Monaten. Und wir hatten zu Hause immer so eine große Mepal-Müsli-Dose. Die fand ich aber unglaublich klobig. Die fasst, glaube ich, 500 Milliliter. Und auch sehr schwer. Ich wollte für mein Kind etwas leichteres, schmaleres für den Kindergarten. Ich kann sie euch jetzt leider nicht direkt zeigen. Ich blende sie euch aber gleich ein. Und zwar von Lock & Lock die Two-Way Müsli-To-Go-Dose mit einmal 360 Milliliter und einmal 310 Milliliter. Kostet derzeit 5,75 Euro. Also ein unschlagbarer Preis. Die Firma Lock & Lock dürfte vielen bekannt sein. Die haben ja sehr gute Dosen auch zur Vorratshaltung oder zum Einfrieren. Und dieser Müsli-Becher hat uns jetzt schon eine ganze Weile begleitet. Und er hat sich als absolut dicht erwiesen. Der hält also wirklich dicht. Damit kann man auch schon zu Hause Joghurt oder Milch einfüllen. Müsli mit reingeben. Ab zum Kindergarten. Und da kann es dann verspeist werden. Das klappt wunderbar. Wollte ich euch nur als kleinen Tipp mit noch geben. Falls ihr lieber den Kindern Müsli mitgeben möchtet, ist auch das eine tolle Variante. Gerade diese leichte, kleine, kompakte Größe finde ich für eine Müsli-Dose super. Und jetzt geht es weiter mit den Wasserflaschen. Ihr kennt euer Kind natürlich am besten. Ihr wisst, ob es ein Viertrinker ist oder eher nicht. Ich habe zu Hause im Moment eher so einen kleinen Spatz, der nicht so wahnsinnig viel trinkt. Im letzten Jahr hatte ich euch diese hier von Colicola gezeigt. Die Trinkflasche gibt es leider in der Form von der Marke nicht mehr. Das Modell ist aber unschlagbar nach wie vor, denn es ist ohne Strohhalm somit leicht zu säubern. Der Verschluss geht leicht zu öffnen. Es passen ungefähr 500ml rein. Das gleiche Modell hatte kurz danach Shibo auch. Ich schaue mal, ob ich euch dieses Modell nochmal verlinken kann. Sei es jetzt von Shibo oder von irgendeinem anderen Anbieter. Die sind aber einfach unschlagbar für uns gewesen. Die kamen auch mit einem Griff, den haben wir allerdings abgemacht. Die ist sehr leicht und wie gesagt sehr verschlusssicher. Wenn ihr sagt, ich möchte es ganz gerne schön kühl halten, dann kann ich euch diese beiden Modelle hier nochmal zeigen. Und zwar von Thermos gibt es einmal die 300, ich glaube 355ml Flasche. Die haben wir jetzt ja auch schon bestimmt drei Jahre. Und die halten also entsprechend lange, halten auch toll kalt. Der Vorteil ist wirklich, dass die super kalt halten. Ihr könnt da so einen kleinen Mini-Eisfürfel reinfüllen und dann bleibt das schön kühl die ganze Zeit über. Es ist natürlich mit 355ml etwas wenig. Und der Nachteil auch hierbei ist natürlich der Strohhalm. Andererseits, mittlerweile ist der Preis in Deutschland echt gefallen. Ich glaube, die kostet jetzt nur noch 19€, die Flasche. Also da kann man wirklich nichts falsch machen. Wenn ihr sagt, ich möchte gerne eine isolierte Trinkflasche ohne Strohhalm, dann kann ich euch von der Firma Takeya die Flaschen empfehlen. Ich habe jetzt hier die große Version mit 700ml. Das ist natürlich eher für die Mama gedacht. Aber ich habe sie jetzt ja schon eine Weile getestet. Die sind auch super. Die haben hier so einen kleinen Griff. Den kann man aber wegklappen. Und die gibt es auch noch in der kleineren Größe. Die hat dann 18 Ounces. Also ich glaube circa 500ml. Und ist auch super isoliert. Ich habe hier schon immer mein Sprudelwasser drin. Das hält auch ganz gut sprudelig. Und die ist wie gesagt ohne Strohhalm. Ist ein bisschen preisintensiver und ein bisschen schwerer. Das sind die Nachteile dieser Flasche. Wer aber sagt, ich lege Wert darauf, dass mein Kind ein kühles Getränk in der Schule hat, weil wir keine Klimaanlage haben oder das Kind ohnehin immer schnell überhitzt, dann kann ich euch diese isolierten Trinkflaschen absolut ans Herz legen. Wenn ihr sagt, das ist mir persönlich egal, ich möchte aber eine größere Größe, kann ich euch auch hier von SICK noch ganz gut empfehlen. Das war eine Familienempfehlung quasi. Und daraufhin habe ich die auch mal gekauft. Das ist jetzt natürlich eher wieder kontraproduktiv mit dem Motiv da drauf. Wobei jetzt mein Kindergartenkind das immer noch ziemlich cool findet. Das funktioniert so, dass man hier oben den Verschluss hoch macht. Dann aufdrückt. Und dann ist das auch ein Verschluss ohne Strohhalm. Also leicht zu reinigen. Da passen 500ml rein. Da wird es aber, glaube ich, schwierig, diese Flasche in die Schultasche zu bekommen. Die ist nämlich relativ groß und bulkig. Wohingegen die Thermosflasche oder diese Modelle wunderbar in die Schultaschen reinpassen. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach Geschenkideen, also Kleinigkeiten zur Einschulung oder zum Kindergartenstart, dann kann ich euch meinen aktuellen Blogpost sehr empfehlen. Da habe ich für euch Geschenkideen aufgelistet. Die Sinn machen vor allem für Schulkinder, die jetzt gerade starten, aber auch für Kindergartenkinder. Kleinigkeiten kann man immer gerne dazu schenken. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr lasst meinen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.